Die königliche Täuschung, das Geheimnis hinter der Netflix-Serie von Prinz Harry und Meghan wird gelüftet. Die königliche Familie übt seit langem eine große Faszination auf die Öffentlichkeit aus, denn ihr verschwenderisches Leben und ihre aufsehenerregenden Skandale sorgen weltweit für Schlagzeilen. Aber was passiert, wenn die Grenze zwischen Realität und Illusion verschwimmt? Eine schockierenden Wendung der Ereignisse hat Pop-Ikone Cindy Lope eine überraschende Enthüllung vorgelegt, die die Netflix-Dokumentarserie über den Herzog und die Herzogin von Sussex in ihren Grundfesten erschüttern könnte. Aber bevor wir fortfahren, abonnieren Sie bitte und aktivieren Sie die Benachrichtigungsglocke für Updates. Laut Lope handelt es sich bei den in der Serie vorgestellten Kindern möglicherweise nicht um die Nachkommen von Archie und Lilibet, Prinz Harry und Meghan Makele, sondern um die Nachkommen eines anderen Mitglieds der königlichen Familie, Prinzessin Eugenies Sohn August Bruxbank. Diese unerwartete Wendung löste bei der königlichen Feengemeinde Schockwellen aus und ließ bei vielen Zweifel an der Authentizität der mit Spannung erwarteten Netflix-Produktion aufkommen. Während die Einzelheiten dieser möglichen Täuschung ans Licht kommen, fragt sich die Öffentlichkeit, welche weiteren Geheimnisse hinter der sorgfältig koratierten Fasserie des Sussex-Haushalts lauen könnten. Tauchen Sie mit uns in das Herz dieses faszinierenden Mysteriums ein und decken Sie die Wahrheit auf, die möglicherweise unter der Oberfläche der Netflix-Serie liegt. Die Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten Netflix-Dokumentarserie von Prinz Harry und Meghan Makele stieß bei königlichen Fans auf der ganzen Welt auf eine Mischung aus Aufregung und Vorfreude. Die Serie wurde als offene und intime Darstellung des Lebens des Paares gefeiert und versprach, einen seltenen Einblick in das Privatleben des Herzogs und der Herzogin von Sussex zu bieten. Dank einer überraschenden Enthüllung von niemand geringerem als der Pop-Ikone Cindy Loper steht die Serie nun jedoch im Mittelpunkt einer wachsenden Kontroverse. In einem aktuellen Interview behauptete Loper, dass es sich bei den in der Netflix-Produktion gezeigten Kindern möglicherweise nicht um Archie und Lilibet, Harris und Meghans eigene Nachkommen, sondern vielmehr um den Sohn von Prinzessin Eugenie, August Broxbank, handelte. Diese verblüffende Behauptung löste in der Community der königlichen Enthusiasten Schockfällen aus und ließ viele an der Authentizität der Serie und den Beweggründen hinter dieser möglichen Enttäuschung zweifeln. Es passt einfach nicht zusammen, sagte Royal-Kommentatorin Evelyn Darcy. Harry und Megan haben die Privatsphäre ihrer Kinder sehr geschützt, daher ist es seltsam, dass sie sich plötzlich dazu entschließen, sie so prominent in der Dokumentation zu zeigen. Tatsächlich ist die Entscheidung des Paares, ihre Kinder aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, gut dokumentiert, wobei Megan sogar eine Paparazzi-Agentur verklagte, weil sie unerlaubte Fotos von Archie gemacht hatte. Dies hat einige Experten zu der Vermutung veranlasst, dass die Verwendung eines anderen Kindes oder sogar anderer Kinder in der Netflix-Serie ein bewusst der Schachzug gewesen sein könnte, um die Anonymität ihrer Kinder zu wahren und dem Publikum dennoch ein Gefühl für das Familienleben zu vermitteln. Ihre Enthusiasten haben den Sussexus eine kalkulierte Täuschung vorgeworfen, was daraufhin deutet, dass die Verwendung eines oder mehrerer anderer Kinder ein Versuch gewesen sein könnte, die Öffentlichkeit in die Irre zu führen und aus der Faszination der Öffentlichkeit für ihre Familie Kapital zu schlagen. Wenn das stimmt, ist das ein Verrat an der Transparenz und Authentizität, die der Dokumentarfilm eigentlich darstellen sollte, sagte königliche Beobachterin Evelyn Darcy. Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, die Wahrheit zu erfahren, und alles andere als das wäre für das Publikum kein Gefallen. Um das Feuer noch weiter anzuheizen, sind auch Theorien aufgetaucht, dass in der Serie neben August Brooksbank möglicherweise ein weiteres kleines Kind als Vertreter von Archie und Lilibet aufgetreten sein könnte. Dies hat nur dazu beigetragen, das Geheimnis zu vertiefen und die Meinungen königlicher Enthusiasten weiter zu spalten. Wenn die Spekulationen weiter brodeln, bleiben die Sussexes schweigsam und geben keine offizielle Antwort auf die Behauptungen von Cindy Loba oder die wachsende Kontroverse um die in der Netflix-Serie gezeigten Kinder. Dieses Schweigen hat jedoch wenig dazu beigetragen, das wachsende Unbehagen in der Öffentlichkeit zu lindern. Viele fragen sich nun, welche weiteren Geheimnisse hinter der sorgfältig koratierten Facette des Sussex-Haushalts lauern könnten. Kann das Publikum der Authentizität der Netflix-Dokumentar-Serie wirklich vertrauen, oder ist das alles nur eine sorgfältig inszenierte Illusion? Nur die Zeit wird es zeigen, während die Ermittlungen zu diesem königlichen Mysterium weiter voranschreiten. Aber eines ist klar, der Durst der Öffentlichkeit nach der Wahrheit ist geweckt und sie wird nicht ruhen, bis die ganze Geschichte ans Licht kommt. Die Kontroverse um die Netflix-Dokumentar-Serie von Prinz Harry und Meghan Markle hat die Community der königlichen Fans gefesselt und viele dazu gebracht, die Authentizität der Produktion infrage zu stellen. Mit Cindy Lopez schockierend der Enthüllung, dass die in der Serie gezeigten Kinder möglicherweise nicht Archie und Lilibet, sondern Prinzessin Eugenias Sohn August Broxbank sind, wurde das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Sussexes erschüttert. Während die Ermittlungen zu dieser möglichen Täuschung weitergehen, bleibt das Publikum, sich zu fragen, welche anderen Geheimnisse unter der Oberfläche der Netflix-Serie lauern könnten. Der langjährige Wunsch der Sussexes, die Privatsphäre ihrer Kinder zu schützen, hat die Intrigen nur noch verstärkt und viele spekulieren, dass die Verwendung eines oder mehrerer anderer Kinder ein gezielter Trick gewesen sein könnte, um diesen Schutz aufrecht zu erhalten. Allerdings haben auch die Anschuldigungen einer kalkulierten Täuschung an Boden gewonnen, wobei einige königliche Fans vermuten, dass die Sussexes die Faszination der Öffentlichkeit für ihre Familie zu ihrem eigenen Vorteil ausgenutzt haben könnten. Unabhängig von der Wahrheit ist eines sicher, die Community der königlichen Fans ist mehr in dieses Mysterium verwickelt als je zuvor. Wenn sich der Staub gelegt hat und die ganze Geschichte ans Licht kommt, wird die Öffentlichkeit genau hinschauen und begierig darauf sein, die Wahrheit aufzudecken, die sich möglicherweise hinter der sorgfältig koratierten Fassade der Netflix-Serie verbirgt. Fassade des Fassade des Fassades 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 des F Vielen Dank.